Also lautet die Kurzformel, pass bloß auf und wach auf, denn dies ist der Letzte, ultimative, endgültige, nie wiederkehrende, einzigartige mögliche Moment, das Momentum des Kairos, in dem du diesen Scheiß machen kannst oder verpassen wirst, wenn du nicht alles auf eine Karte oder die hohe Kante setzt, den Kairos zu ergreifen.